Der Maimonk-Podcast mit Tim Schlenzig. Hi, schön, dass du da bist. Es geht heute um einen ganz wichtigen Satz für mich, für dich vielleicht auch. Du bist nicht, was dir passiert ist. Das ist der Satz. Und ich musste das erst verstehen oder in verschiedenen Situationen oder nach verschiedenen Situationen. Immer wieder mal. Zum Beispiel hatte ich eine recht lange Historie mit Depressionen und Panikattacken. Und die nehmen so viel Raum ein in einem Leben, dass man manchmal denkt, man ist die Depression, man ist die Angst. Man ist die Hand, die sich an der U-Bahn festkrallt, in der U-Bahn. Oder man ist der Schwindel im Kopf dabei. Oder man ist die krass abgekauten Fingernägel. Oder man ist die Scham darüber, über diese Fingernägel. Wenn man seine Hände an der Supermarktkasse dann doch mal aus den Taschen holen muss. Und sogar dann, wenn die Situation nicht mehr so stark ist oder vielleicht gar nicht mehr da, wenn es einem zum Beispiel psychisch besser geht. Jedenfalls war es bei mir so, habe ich mich noch sehr damit identifiziert, mit diesen Ängsten. Ich habe sie auch noch, aber nicht mehr so stark, jedenfalls zur Zeit. Und habe mich auch sehr viel darüber definiert, einfach weil sie so einen großen Raum eingenommen haben. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht passiert da gerade irgendwas in deinem Leben oder es ist schon lange her oder was dazwischen. Vielleicht ist es ein unerfüllter Wunsch oder ein Unglück oder wie sich ein Mensch dir gegenüber verhalten hat. Und dann ist wichtig, uns klarzumachen, dass wir nicht unsere Geschichte sind. Wir verwechseln die Geschichte, die wir sind, die wir haben mit dem Menschen, der wir sind. Und wir verwechseln unseren Wert, unseren echten Wert damit, wie andere uns behandeln. Oder wir verwechseln das Gefühl, wertlos zu sein, mit unserem echten Wert. Manchmal fühlen wir uns klein und wertlos und als würde uns nie irgendwas gelingen. Aber das ist halt nicht die Wahrheit, das ist ein Gefühl. Und dazu habe ich einen kurzen Text geschrieben, der dir vielleicht hilft. Du bist nicht, was dir passiert ist. Du bist der Mensch, der es aushalten musste und ausgehalten hat. Du bist der Mensch, der zufällig in der Schusslinie stand, ohne Schutzweste, weil sein Herz nicht mauern will, sondern vertrauen will. Du bist nicht, was dir passiert ist. Nicht, wie du behandelt wurdest. Das sagt nichts über dich aus und so viel über die anderen. Es ist ihr Verhalten, ihr egoistischer Versuch, sich besser zu fühlen. Ihr enger Verstand, ihr verschrumpeltes Herz aus dem, was Schwarzes tropft. Du bist nicht, was dir passiert ist. Nicht das, was dir genommen wurde oder nie gegeben, obwohl du so gekämpft hast, während es anderen in den Schoß fällt, ins Leben, aufs Konto, einfach so. Du bist das Leuchten auch in den dunklen, zu leeren Räumen, auch inmitten von allem, was fehlt. Du bist nicht, was dir passiert ist. Nicht die Dinge, die du tragen musst, sondern die Kraft, die es trägt. Nicht das, was du nicht ändern kannst, sondern der Mensch, der immer eine Lösung findet, selbst mit dem Unlösbaren umzugehen, der trotzdem lebt und trotzdem weitergeht. Ende. Also vielleicht musstest du diesen Satz genau heute hören. Du bist nicht, was dir passiert ist. Oder vielleicht braucht den jemand aus deinem Umfeld, gerade sehr, den du kennst. Jedenfalls war es das von mir für heute. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag und sag bis bald vielleicht. Ciao.